Hallo, mein Name ist ein Ludmila, mein Name ist Milita, ja, ja, Ludmila und Milita, gut, und heute wir suchen eine Goldesel, weil wir geben Geld für den Schwanz, genau, meine alten Goldesel haben gegeben diese Gucci-Tage, oh, schönen Tag, ja, schön Tag, ja, schön Tag, ja, aber weißt du, was mein Goldesel hat noch gemacht, hat eine gegeben extra, für meine Make-up-Tage, schön Tag, ja, glücklich, ich bin ganz glücklich, du gut Frau, die wissen wie Geld, ja, aber er anrufe nur einmal die Woche, immer nur, wenn ich was brauche, so, ja, aber Schatz, ich will was essen, ah ja, jetzt so was wir essen, ich glaube, ich nehme diese, wo ist diese Nudel mit dem Hummer, ah, Linguini, Linguini, mit dem halben Hummer, ja, ganz teure, aber wir können doch ab, ob wir dann eine Goldesel zahlen, sonst nehmen wir nur Lala, guck mal, Schatz, da ist die Goldesel, da vorne, K Clemmenscheペ kißt, dannодарisch was aktiv ist das auf dem Schatz. tier 2 tier 2 Vielen Dank.